Hallo, ihr kennt ja bestimmt alle diese selbstgenähten Brotkörbe. Ich möchte heute auch sowas machen und zwar in einer speziellen Größe. Ich habe hier so ein CD-Regal, das hat mein Onkel vor ein paar Jahren mal selber gebaut. Kann man halt von beiden Seiten sozusagen befüllen. Steht im Moment nicht so richtig viel drin, weil so kleine Schächtelchen, das finde ich jetzt auch nicht so schön. Ich möchte gerne Körbe für dieses Regal nähen. Ich fange erstmal mit so offenen, eckigen an, dann kommt vielleicht eine Runde dazu oder welche mit Deckel. Das muss ich dann mal sehen, wie ich das dann genau organisiere. Aber erstmal möchte ich die halt so haben, dass es in dieses Fach genau reinpasst. Das heißt, ich muss mir die Maße erstmal davon nehmen, um das dann auch so verwenden zu können. Dieses CD-Regal lässt sich übrigens auch bestimmt total gut nachbauen, wenn man einfach zwei CD-Regale Rücken an Rücken aneinander schraubt und die auf eine Platte mit Rollen drauf schraubt. Dann hätte man nämlich auch so einen schönen, drehbaren, fahrbaren Utensilienständer, den man sich halt immer schön neben den Tisch ziehen kann, je nachdem was man macht oder wofür man es gebrauchen kann. Schreibtisch, Nähecke, was auch immer. Und kann dann da seine einzelnen Sachen so rauskramen. Ja, okay. Wir fangen jetzt mal an mit dem Schnittmuster. So, und zwar ist die Breite, naja, 15,5 ungefähr. Ich würde sagen, 15 reicht erstmal. Und die Tiefe sind, naja, 14 und ein ganz bisschen. Also ich schreibe mir jetzt mal auf, Breite, 15, Tiefe 14 und die Höhe wäre jetzt auch 15. Sind die eigentlich alle gleich? Sollte ja eigentlich, ne? Ja, sind alle 15. Okay, die Höhe des Faches ist also 15. Alles klar. So, das Körbchen soll ja so aussehen von vorne. Die Breite will ich ja dann so reinschieben, das sind also 15. Das wird auf jeden Fall so bleiben. Die Höhe sind auch erstmal 15. Die Tiefe ist ja das, was dann nach hinten weg geht. Das waren 14. Da ich ja es aus zwei Teilen zusammennehme, werden das dann jeweils 7 sein. Die halbe Seite sozusagen. Und der Boden wird dann auch die Hälfte. Das sind also auch 7. So, was jetzt noch dazu kommt, ich möchte das Körbchen oben umschlagen. Und zwar so weit, dass man da so ein bisschen mit den Fingern drunter haken kann. Ups, wenn ich das jetzt hier mal ausmessen, ich sage, ich möchte da unterhaken, naja, vielleicht so 5 cm. Das wäre ungefähr ein Drittel, das ist mir glaube ich ein bisschen zu viel, sagen wir mal 4. Ich möchte das Ganze dann ja, wenn es fertig ist, einmal nach außen umkrempeln. Also 4 cm müssen dann da also oben noch dran. Das sind dann 4 und das macht insgesamt eine gesamte Höhe von 19. Ja, so machen wir das jetzt einfach mal. Ich zeichne mir jetzt genau dieses Maß hier auf, mache mir ringsrum 1 cm Nahtzugabe und kann es aus Stoff ausschneiden. So, das ist jetzt unser Schnittmuster hier und ich schneide die Teile jetzt aus, zweimal aus Außenstoff, ne, das Körbchen soll ja einmal so außen und dann die andere Seite und zweimal aus Innenstoff. Als Stoff habe ich mich jetzt für außen für zwei alte Jeanshosenbeine entschieden. Da habe ich mir zwei Stück unten abgeschnitten und der Innenstoff soll dieser noch übrig gebliebene von der Stiftrolle werden. Und das passt wirklich haarscharf. Also ich habe das jetzt einmal hier angelegt und mir hier irgendwo die Ecken markiert oder ne, so, genau, so rum angelegt. Hier die Ecken markiert und dann so rum angelegt und das passt wirklich haarscharf gerade so drauf und ich schneide das jetzt aus. So, die Teile sind alle zugeschnitten und jetzt werden jeweils die schönen Seiten aufeinander gelegt. Wir nähen rechts auf rechts, wie immer und schließen hier erstmal alle Seitennähte und alle Bodennähte. Das können wir ja gleich bei allen Teilen nacheinander weg machen. Ja, also ganz einfach mit einem Zentimeter Nahtzugabe einmal dran lang nähen. Das jetzt mit allen Seitennähten und mit allen Bodennähten. Also alle Bodennähte dürfen wir natürlich nicht schließen. An dem Innenstoff lasse ich an der Bodennaht eine ziemlich große Wendeöffnung. Da muss ich mich nochmal ganz kurz einschalten. Ich habe inzwischen noch mehr solcher Körbe genäht, auch viel kleinere. Und ich habe festgestellt, dass es dann doch schöner und einfacher ist, die Wendeöffnung oben in den Rand zu legen, wo der Innen- und der Außenkorb dann zusammengefügt werden. Ich weise dann später nochmal darauf hin. Ich habe also die Reihe jetzt nur angefangen und verriegele die jetzt. Jetzt schiebe ich meinen Stoff hier durch, kurz vor die Ecke vom anderen Ende und verriegele das wieder. Weil ohne Wendeöffnung kriegen wir das Teil nachher nicht umgedreht. Jetzt kommen wir hier zu den Ecken. Und zwar diese Seiten jetzt so öffnen. und die Naht, also die Schnittkante aufeinander legen. Das kann man hier ein bisschen auseinanderfalten. So, jetzt haben wir hier die Schnittkanten aufeinander. Und jetzt gucken, dass wir hier die beiden Nähte schön zusammen haben. Man kann jetzt beide aufklappen und so genau zusammennähen. Oder man legt eine Nahtzugabe nach rechts und eine Nahtzugabe nach links. Muss aber trotzdem gucken, dass die Naht perfekt übereinander sitzt. Das sieht dann hinterher schöner aus. Da würde ich mir jetzt auch mal Nadeln stecken, wenn ich welche hier hätte. Dass das hier schön aufeinander passt. Wunderbar. Gut, ich stecke mir die andere Seite auch gleich. Hier natürlich ganz genauso. Da dieser Stoff dünner ist, würde ich die Nahtzugaben eher nach rechts und links legen. Genau, und alles stecken. So, und dann die Naht schön auch wieder mit 1 cm Nahtzugabe nähen. Diesmal würde ich auch am Anfang und am Ende verriegeln, damit die Ecke schön so bleibt, wie sie sein soll. So, wenn die Nahtzugaben kommen, nochmal gucken, dass es auf beiden Seiten auch schön so liegt, wie geplant. Und vorsichtig drüber nähen. Und das dann mit 1 cm Nähten. So, die beiden Beutel sind erstmal soweit fertig, außen und innen. Bevor ich die zusammenfüge, bügele ich jetzt die Nahtzugaben erst nochmal auseinander, damit das innen drin dann nicht so wurstig wird. Ja, um die beiden Teile zusammenzufügen, müssen wir hier oben die Naht sozusagen schließen. Das soll auch rechts auf rechts passieren. Das heißt, ich stülpe jetzt hier mal meinen Außenbeutel richtig rum und setze ihn in den Innenbeutel. Und dann sind ja diese beiden Stoffseiten rechts auf rechts, wenn ich hier oben dran lang nähe. Jetzt muss ich gucken, wenn ich das reinstecke. Hier habe ich jetzt meine Seitennähte, dass ich auch hier, muss ich das eigentlich, muss ich Seitennaht auf Seitennaht machen? Nicht unbedingt, ne? Also, ich habe mir jetzt gerade überlegt, ob das sinnvoll ist, Seitennaht an Seitennaht zu machen. Aber eigentlich ist es doch egal, ne? Ob die Seitennähte jetzt zusammentreffen oder nicht. Sieht man ja von innen eigentlich, äh, ja, genauso wie von außen. Oder auch nicht. Also, es ist ja egal eigentlich. So, ich stecke das jetzt jedenfalls hier erstmal rein. Und gucke halt eben, dass hier die Nähte tatsächlich jetzt in diesem Fall mal zusammen passen. Und stecke mir das ringsrum einmal fest. Immer. Und dann wird es mit einem Zentimeter Nahtzugabe einmal ringsrum genäht. Damit ich jetzt hier schön das Körbchen drumherum legen kann, nehme ich mal den Kasten an meiner Maschine ab. Dann habe ich hier den Freiarm. Da kann ich dann das Körbchen schön drüber stülpen. Und ganz gemütlich mit einem Zentimeter Nahtzugabe einmal dran lang nähen. Wenn man sich also entschließt, die Wendeöffnung nicht in dem Innenbeutel zu machen, dann ist hier der Zeitpunkt, nicht einmal ganz rumzunähen, sondern hier die Wendeöffnung zu lassen. Wenn es dann fertig zusammengenäht ist, dann kann man durch diese Öffnung das Körbchen dann einfach nach außen stülpen. Und dann beim Umnähen des Randes darauf achten, dass man die Nahtzugabe natürlich schön nach innen nimmt. Und das dann alles zusammen zunäht. An den Nähten immer aufpassen, dass die Nahtzugabe auch in der richtigen Richtung liegt. Oder halt ordentlich aufgeklemmt ist. So, es ist jetzt einmal hier oben ringsherum zusammengenäht. Und wir krempeln das ganze Stück jetzt hier durch die Wendeöffnung einmal durch. So, dann wird das hier oben umgeschlagen und der Innenbeutel in den Außenbeutel gestülpt. Und das sieht ja schon mal ziemlich fertig aus. So, was wir als nächstes machen müssen, ist hier die Kante schön rausholen. Richtig schön rausdrücken. Das hier, dass man, wenn man jetzt hier oben noch einmal drum rum näht und man drückt das nicht so richtig raus, dann ist hier drin vielleicht noch so ein Stückchen von dem Stoff und dann wird erstmal die Kante oben unsauber. Und das sieht dann halt auch doof aus, wenn da noch so was drin ist. Man kann halt eben auch hier unten durch die Wendeöffnung fassen. Meine ist so groß genug, dass ich dann mit der Hand durchkomme. Und dann hier von innen gegendrücken und eventuell dann auch gleich noch Nadeln stecken oder bügeln oder wie auch immer. Das schön rausdrücken ist schon eine kleine Fummelei, aber es lohnt sich, weil es dann einfach viel, viel ordentlicher aussieht. Ich mache das jetzt mal und stecke es mit Nadeln fest. So, jetzt ist hier alles schön rausgequetscht, die Naht, dass das gut aussieht. Und jetzt nähe ich knappkantig hier oben an der Kante einmal lang, also vielleicht so mit 3-4 Millimeter Abstand. So, ich mache das gerne so, dass ich das Füßchen bündig zu der Kante lege und dann die Nadeln ein bisschen nach außen verfahre. Dann habe ich hier eine gute Kante und der Abstand bleibt dann immer gleich. Genau, das sieht gut aus. Als allerletztes haben wir ja hier unten noch unsere Wendeöffnung, die hier noch offen ist. Die kann man natürlich, wenn man möchte, jetzt schön mit der Hand schön fein säuberlich vernähen, dass sie geschlossen ist. Ich mache das nicht mit der Hand. Ich habe dazu keine Lust. Ich klappe mir die jetzt einfach so ein, lege die Nahtzugaben schön nach innen, stecke mir das ein bisschen fest und nähe hier einfach einmal ganz knapp dran lang. Dann habe ich zwar im Beutel so eine kleine Wurst, wo ich diese Wendeöffnung geschlossen habe, aber in diesem Fall stört mich das nicht. Wäre das jetzt ein Brotkorb, den ich auf den Tisch stelle und da packe ich meine Brötchen rein, würde ich es mit der Hand zunähen. Das wird jetzt nur ein Utensilo und guckt kein Mensch rein, da reicht mir das. So, alle Fäden abschneiden. Und das gute Stück jetzt final nach innen stopfen. So, seht ihr das? Da habe ich jetzt halt eben diese kleine Wurst, sieht man das? Von meiner Faulheit hier. Mein Gott, die ist jetzt da ganz unten drin, wie gesagt, sieht kein Mensch. So, hier habe ich noch. Ach nee, das ist nur ein Brügel. So, und dann krempeln wir das gute Stück mal um. Na bitte. Huch, ein bisschen schief. Na bitte. Ich finde, das sieht doch gut aus. Ja, ich gucke gleich mal, ob es auch in das Fach reinpasst, so wie es sollte. Ja, es ist tatsächlich fertig geworden. Die Größe passt perfekt. Ich finde, das sieht auch wirklich schick aus. Bin sehr zufrieden. Was ich auf jeden Fall nochmal anmerken muss, Ich habe jetzt hier Jeansstoff genommen und auch der Innenstoff ist relativ stabil. Wenn man möchte, dass dieses Körbchen mehr seine Form hält, sollte man auf jeden Fall eine Einlage einsetzen. Also eine Flieseline, vielleicht so eine Schabrackeneinlage, das werde ich bei dem nächsten Körbchen dann mal versuchen, damit es einfach stabiler ist und besser die Form hält. Aber für mich jetzt hier so, für das Erste, dafür, dass es ein Recycling-Teil ist, bin ich echt zufrieden, muss ich sagen. Also, so sieht das jetzt aus. Ist doch cool. Ja, okay. Ich hoffe, das hat euch jetzt hier ein bisschen weitergeholfen, vielleicht ein bisschen Spaß gemacht, mir zuzugucken. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oder ist es noch nicht richtig? Ich habe nicht zu viel. Das ist jetzt... Das geht so nicht. Ach, scheiße. Oh, man.